Und das sehen Sie am Mittwoch im Marktplatz Neumarkt. Atemnot im Biergarten. Ein bisher noch ungeklärter Vorfall sorgte für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Außerdem kauft ihr einen bunten Luftballon und zaubere ein Symbol für schwierige Zeiten in den Himmel. Und 30 Mal guten Appetit. Die Schmankerlwochen feiern Jubiläum. Das und mehr am Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns.